ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin ein Schwager. Krüter Pescht, die Vater Sieg. Es ist im dritten Mal Irischen im Buchpausch. Du hast doch alles richtig gemacht. Ich hätte halt meine Klappe nicht so aufreißen sollen. Guck dich an, Mann. Guck dich an. Sechs. Vor zehn brauchst du gar nicht aufstehen. Sieben. Wird ihr bald jetzt ein Mädchen? Nein! Ist doch nicht irgendeine Ahnung, was das macht mit einem Kind. Ich weiß ja, David, scheiß auf den Mann. Wir beiden, Mann. Nur wir zwei. Seit wann hast du dich eigentlich umscannt, hä? Du kriegst das hin und darfst ja nichts errichten. Wir sporten. Komm. Sieht du schon, aber ich mache einfach alles falsch. Egal, was ich mache. Nicht nur für Mosköl. Weißt du? Vier bis sechs Wochen mehr. Für du hast ja mehr Kraft. Energie schub. Du bist klarer im Kopf. Aaaaargh! Du schlossst mich Leben bei mir. Das war's.